Wenn wir im Creative-Modus sind, kann man normalerweise nicht sterben. Wenn ich mich mit Damage-Potions abschmeiß, passiert einfach gar nix. Wenn ich mir aber diese spezielle Sass-Potion hole, seht ihr, kann ich mich damit abwerfen und ich sterbe einfach mal. Selbst wenn ich ein Totem of Undying in der Hand halte, dann sterbe ich ebenfalls. Und auch mit einem Enchant-OP-Apfel bin ich nicht sicher, denn auch dann sterbe ich einfach mal. Richtig Sass.